In der Sekunde, wo du dieses Video siehst, ist der Abonnentenzähler von mir auf 5000 gesprungen. Ich mache mir nicht sonderlich viel aus Abonnentenspecials, aber bei 5000 kann ich euch mal wieder so eine richtige Ladung Wissen um die Ohren hauen. Heute Motoröl exposed oder auf deutsch Motoröl aufgezeigt, aufgedeckt. Solltest du nach diesem Hammer noch Fragen haben, in die Kommentare damit. Am Anfang müssen wir Öl in fünf Gruppen einteilen. Einfach raffinierte Grundöle. Diese Öle werden gefördert, raffiniert und dann abgefüllt. Gruppe 2 Hydro-Crack-Öle. Hydro-Crack-Öle werden mit Wasserstoff behandelt, um Teile der molekularen Struktur auszudünnen und somit Verhalten im Gebrauch zu verbessern oder zu verändern, wie man sie gerade benötigt. Gruppe 3. Achtung, schwieriges Wort. Hoch-Raus-Hydro-Crack-Öle. Der Unterschied zu Gruppe 2 ist, dass bei der hochrausraffinierten Öle bzw. aus dem Öl die molekulare Struktur noch weiter bearbeitet und umstrukturiert werden oder wurde. Gruppe 4. Synthetisch hergestellte Öle bzw. Ölbasis, PAO genannt. Die Kohlenwasserstoffatome, aus denen jedes Öl basiert, werden künstlich hergestellt. Daher der Ausdruck Synthetik. Dabei wird nur noch die ehemalige molekulare Struktur des Mineralöls übernommen und maßgeschneidert auf die gewünschte Eigenschaft und somit angepasst. Das bedeutet, dass die hingehen, das zerlegen und sich so wieder zusammenbauen, wie sie es brauchen. Und dann gibt es noch eine Gruppe 5. Die ist nicht ausdefiniert. Das sind so die Ester- und Polyester-Geschichte. Das ist zum Beispiel Ester-Core, was ihr kennt oder schon mal gehört oder gelesen habt. Das sind im Prinzip alle Öle, die nicht in die ersten vier Gruppen reinpassen und andere synthetische Stoffe. Gruppe 5 Öle, also von denen ich gerade sprach, werden in der Regel nicht selbst als Grundöle eingesetzt, sondern verleihen den Grundölen, also Gruppe 1, 2, 3, 4, dementsprechend, die günstigen oder guten oder gewünschten Eigenschaften. Wie beim Essen auch, gibt es beim Öl Köche, so müsst ihr euch das vorstellen, die ihre eigene Suppe machen, nach einem gewissen Grundrezept. Dabei greifen die Jungs auf ihre, oder auch Mädels, auf ihre Erfahrungen zurück und gehen dabei nach einer gewissen Rezeptur vor. Manchmal sind Geheimnisse eine gute Idee, damit niemand auf die Idee kommt, dein Rezept nachzukochen. Daher sind 99% die Ester- und der ganzen Herstellungsprozesse und Herstellungsweisen geheim. Ich würde euch gerne mehr darüber erzählen, aber ich konnte darüber auch nicht mehr rausbekommen. Dieses Konstrukt, was wir jetzt haben mit diesen Gruppen, ist ja schon relativ unübersichtlich, so nenne ich das jetzt mal. Deswegen strukturieren wir das Ganze jetzt mal in drei Bereiche, um das zusammenzufassen, nämlich mineralisch, teilsynthetisch und vollsynthetisch. Auf die anderen Begriffe gehe ich nicht mehr ein. Mineralische Öle, da können wir uns kurz fassen. Die werden, nachdem sie aus dem Erdreich gepumpt wurden, raffiniert, destilliert und dann für den Kunden abgefüllt. Also keine weitere irgendwie ex-ordinär aufwendige Herstellungsweise. Das ist so mit das günstigste an Ölen, was es überhaupt gibt. Kommen wir zu teilsynthetisch und vollsynthetisch. Das packe ich in eine Gruppe, weil der Grundgedanke von diesen Ölen auch selbe hinausläuft. Die Fahrzeuge entwickeln sich ja immer weiter und die Ansprüche an das Öl entwickeln sich immer weiter. Die Ölindustrie hat dementsprechend den Herstellungsprozess von Motorölen immer weiter angepasst und verbessert. Bei vollsynthetischen Ölen, daher aus dieser Nische kommen die, wurden neue Möglichkeiten entwickelt, um das Öl abzustimmen. Also chemisch so zusammenzusetzen oder Zusatzstoffe beizumischen, um das Öl sich so anzupassen, wie man das braucht. Oder um das Öl als anpassungsfähiger zu machen. Man kann das ausdrücken und sehen, wie man möchte. Was zur Folge hat, dass das Öl praktischer wurde im Laufe der Zeit. Diese Zusatzstoffe, die man dazu mischt, nennt man additive. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das bedeutet also, dass vollsynthetische Öle auf molekularer Basis gesehen auseinandergenommen worden sind, strukturiert worden sind, wie man sie braucht oder haben möchte, mit den gewünschten Eigenschaften wieder zusammengefügt hat. Und zusätzlich natürlich dann dementsprechend mit Additivpaketen ausgestattet und beigemischt wurden, um die gewünschte Fähigkeit zu erlangen. Ich hoffe, dass ihr das versteht, was ich versuche euch zu erklären. Das ist auch für mich nicht ganz einfach. Okay, ich denke, dass wir das verstanden haben. Was mineralisch bedeutet und was vollsynthetisch bedeutet, das wissen wir jetzt. Kommen wir zu den Additiven. Additive haben erst ermöglicht, dass es mehr Bereichsöle gibt, wie zum Beispiel SAE 10W50 etc. Additive geben dem Öl erst den Korrosionsschutz, den Verschleißschutz und auch den Oxidationsschutz und fördern dementsprechend die Langlebigkeit des Öls im Motor selbst. Öle, die in den Laboren entwickelt wurden, auf die ich vorhin zu sprechen kam, haben im Prinzip nichts mehr mit dem zu tun, was ursprünglich mal aus der Bohrinsel kam. Jetzt haben wir schon mal so ein verwirrendes Basiswissen. Darauf bauen wir jetzt auf. Jetzt kommt ein weiterer Begriff dazu, nämlich API. API bedeutet American Petroleum Institute, kurz API. Das sind die fünf Gruppen, die ich am Anfang gesagt habe, um das Ganze so ein bisschen einzugliedern. Ich hoffe, ihr versteht jetzt den Callback. Ich habe die vorweggenommen, damit wir wissen, worum es hier geht. Eigentlich kommt jetzt der Punkt, wo es so richtig komplex werden würde, aber ich fasse das, was jetzt kommt, mal zusammen. Eigentlich sind diese Öle ja relativ klar definiert. Wenn Bestandteile so, dann Produktbezeichnung so. Allerdings ist das trotzdem nicht ganz klar. Öle aus der Gruppe 1 oder beziehungsweise auf der Basis aus der Gruppe 1 werden im Handel immer als mineralische Öle deklariert. Als teilsynthetisch oder Hydrocrack-Öle bezeichnet man nur die Öle, die die Basisöle der Gruppe 2 und 3 haben. Ihr erinnert euch, vollsynthetische Öle können nur auf der Grundlage von Gruppe 4 und 5 hergestellt werden. Jetzt kommt aber der Clou. Sollte man beispielsweise eine Gruppe 4 Öl mit dem einer Gruppe 2 Öl mischen, dann darf das entstehende Produkt nicht mehr als vollsynthetisch vermarktet werden. Da solche gemischten Öle häufiger in den Produkten von Endprodukten auftauchen und die Hersteller immer wieder zusätzliche Additive hinzufügen, wobei die Additive einen Anteil von bis zu 30% ausmachen können, besteht hier die große Unbekannte für den Kunden, da nirgends klar definiert wurde, welches Öl jetzt zu welchem Bestandteil da drin ist und ob es jetzt teilweise als mineralisches Öl deklariert werden müsste oder als synthetisch deklariert werden darf. Das bedeutet, dass wenn man es wirklich genau nimmt, nicht genau eingestuft werden kann, welches Öl man als vollsynthetisch bezeichnet werden darf und welches nicht, weil wie wir gelernt haben, ist das vollsynthetische Öl das hochwertigere. Kommen wir aber später nochmal zu. Das bedeutet, dir wird es nicht gerade leicht gemacht, damit du verstehen kannst, was für ein Öl du jetzt eigentlich gerade in den Händen hältst. Was man vielleicht auch nachvollziehen kann, warum das ein Problem ist, weil ich gehe davon aus, dass du grundsätzlich bereit bist, für ein Premiumöl mehr Geld auszugeben als für Schrott. Zu dieser Thematik, zu diesen Mischungsverhältnissen und welcher Anteil ist jetzt wie hoch und als was darf was deklariert werden, gab es in Deutschland auch schon mehrere Gerichtsurteile und Verhandlungen. Ölhersteller X hat Ölhersteller Y verklagt, weil Ölhersteller X der Meinung war, dass Öl von Firma Y falsch deklariert war. Dementsprechend war mineralisches Öl, wurde als teilsynthetisch ausgewiesen, obwohl das Produkt dem nicht gerecht wurde. Seitdem steht fest, dass nur noch Öle der Produktgruppe 4 und 5 als vollsynthetisch bezeichnet werden dürfen. Das bedeutet, ist es jetzt so, dass irgendwo auf eurem Öl vollsynthetisch draufsteht, dann ist auch vollsynthetisch drin. Harter Tobak bis jetzt, ne? Ich weiß. Aber was wir wissen, wissen wir. Das heißt ja exposed und nicht mal eben schnell. Mit diesem Vorwissen können wir jetzt aber einige Fragen beantworten, wie zum Beispiel, welche dieser Produktgruppen, oder Ölen, ist denn jetzt tatsächlich das Beste für uns und unsere Motoren. Wie wir jetzt den Gruppen entnehmen können, haben wir gelernt, dass nach der Definition Öle aus der Gruppe 1 und 2, also mineralische Öle, alleine durch die geringen Herstellungskosten und Herstellungsaufwand und so weiter, nicht besonders vielfältig sind in ihrer Anwendung. Ich sehe mineralische Öle eher im Bereich Trecker, Bagger, Baugeräte, alles was so in dieser Kategorie läuft, also durchschnittlich niedrigere Drehzahlen, nicht so hohe Ansprüche, Temperaturen und so weiter. Die anderen Gruppen fasse ich jetzt so zusammen. Synthetische Öle, egal in welcher Form, sind alleine schon in der Herstellung deutlich teurer, aufwendiger und dazu kommen noch die ganzen hochwertigen Additivpakete und so weiter, welche den Preis natürlich ansteigen lassen, aber deutliche Mehrwerte bietet im Vergleich zum mineralischen Öl. Das ist ja jetzt auch schön zu wissen, aber was sind denn jetzt die Mehrwerte von dem vollsynthetischen Öl? Synthetiköle sind auch bei niedrigen Temperaturen wesentlich besser in ihrem Fließverhalten. Beim Kaltstart wird der Motor beispielsweise schneller mit Öl versorgt, die synthetischen Öle sind somit schneller an den Bauteilen. Außerdem, synthetische Motoröle sind wesentlich temperaturstabiler. Bei hohen Temperaturen, also hohe Drehzahl, Volllast, alles so in die Richtung, ist der Schmierfilm wesentlich, wesentlich belastbarer. Selbst bei niedrigen Temperaturen ist die innere Reibung durch das vollsynthetische Öl deutlich geringer. Es wird also wesentlich weniger Energie verbraucht, um die innere Reibung zu überwinden. Ich denke, ihr versteht das. Kolbenzylinder, Verschleiß, Addisiver Verschleiß, wir sprachen da ja schon mal drüber. Und der Kraftstoffverbrauch sinkt bis zu 5% gegenüber mineralischem Öl. Dadurch, dass vollsynthetische Öle wesentlich stabiler in ihrer Struktur sind, so nenne ich es jetzt mal, hat das zur Folge gehabt, dass Ölwechselintervalle mit der Zeit immer länger gestreckt wurden. Vielleicht erinnert ihr euch, LC4, 5000 Kilometer. Jetzt sind wir bei einer LC8 beispielsweise bei 15.000 Kilometer Wechselintervall beim Motorrad. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Genau das bedeutet ja auch, dass die Standzeit in Motoren oder in Aggregaten erhöht oder angehoben wurde. Mir ist schon warm. Euch auch? Da ist doch gerade das Wort Standzeit gefallen, oder? Was bedeutet das denn konkret? Das bedeutet, Motoröl ist relativ lange haltbar. In einem geschlossenen Behälter kannst du Motoröl 2 bis 3 Jahre aufbewahren. Eigentlich sind es so 3 bis 5 Jahre, aber bei 2 bis 3 Jahren bist du immer auf der sicheren Seite. Anders sieht es aber aus, wenn dein Motoröl in deinem Motor war. Da sind sich relativ alle Experten einig und ich gehe da auch mit, mit meiner persönlichen Meinung. Spätestens nach einem Jahr oder x Kilometer muss dein Öl dann raus. Öl verschleißt durch Reibung, Temperaturwechsel, Kondensation und Benzineinbruchung, was weiß ich, was da noch alles für Belastungen auf das Öl kommen. Dementsprechend zerfallen die Additive und das Öl verliert dadurch seine Eigenschaften und muss deswegen gewechselt werden. Ich habe da doch vorhin SAE 10W50 gehört. Was heißt das denn schon wieder? Motoröl mit der Bezeichnung 10W50 geht auf die SAE-Klasse zurück, nach der das Öl irgendwie mal spezifiziert wurde. Das 10W50 erfüllt die Anforderungen an ein Mehrbereichsöl. Da kommen wir gleich drauf. Mehrbereich bedeutet, dass es bei verschiedenen Temperaturen stabil läuft, so gesehen funktioniert. Das bedeutet, dass Öle ganzjährig gefahren werden kann. 10W bedeutet, dass das Öl eine Winterereignung bis zu minus 30 Grad hat. Der zweite Teil der SAE- Bezeichnung, Ziffer, wie auch immer man das nennen soll, weist auf eine kinematische Energie bei 100 Grad hin. Versteht ihr? Betriebstemperatur. Diese liegt beim 10W50 im Bereich von 15,3 bis 22,8 Quadratmillimeter pro Sekunde oder irgendwie so ein Quatsch, braucht ihr nicht wissen und kann somit ganzjährig eingesetzt werden. Das müsst ihr wissen. Das bedeutet, wenn ihr ein 10W50 drin habt und draußen sind minus 5 Grad, würde ich, ich persönlich würde es nicht machen, aber ihr könnt theoretisch das Moped starten und fahren, aber wer will schon bei minus 5 Grad fahren, macht da keinen Sinn. Alles klar. Aber wer legt denn fest, mit welcher Viskosität oder welches Öl in meinem Motorrad jetzt gefahren werden darf? Das schnell beantwortet der Hersteller. Jetzt haben wir ja im Bereich Motorrad eine zusätzliche Herausforderung oder Anforderung an das Öl, was das Öl mitmachen muss. Abgesehen von von den üblichen Belastungen, über die wir vorhin sprachen, nämlich die Nasskupplung. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Ein Öl, was schmiert und eine Kupplung, die nicht rutscht. Wie funktioniert das denn? Das ist die Freigabe JASO MA-2. Die Japanese Automotive Standard Organization definiert spezielle Klassen für Viertaktmotoren. Also JASO MA-2 ist für Ölbad-Kupplungen mit hohen Ansprüchen geeignet. Und dann gibt es dann auch so andere Freigaben. MA-2 ist die derzeit höchste Norm für Motorradöle. Die JASO MA und MA-1 und so Scheiß lassen wir außen vor. Braucht ihr nicht wissen. Boah, Alter. Kommen wir kurz zu meinem persönlichen Fazit. Wobei ich auch gleichzeitig ein paar Fragen beantworten möchte, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Natürlich kann ich nicht auf alle eingehen, aber auf alles, was ihr so meiner Meinung nach wissen müsst, gehe ich mal kurz drauf ein. Ist denn jetzt ein voll synthetisches Öl grundsätzlich besser? Ganz klare Antwort, definitiv ja. Kann ich auch ein Autoöl ohne JASO MA-2 Freigabe in mein Motorrad kippen? Nein. Also kannst du schon, funktioniert aber nicht. Sollte ich mein Öl wirklich einmal im Jahr wechseln? Spätestens dann solltest du das tun, ja. Sind billig hergestellte Öle immer schlechter? Ja, man kann davon ausgehen. Also, welches Öl sollst du dir denn jetzt kaufen? Ein Öl, was dir zusagt, die Spezifikationen hat, was nicht über Marketing gepusht wurde, sondern sein Versprechen halten kann. Ich nutze, Hashtag Not Sponsored, haben die keinen Bock drauf, so ehrlich will ich zu euch sein, Fuchs Silikulene 10W60 Pro 4 Variante XP. Warum 10W60? Wesentlich größerer Temperaturbereich nach oben hin raus. Das Öl ist voll synthetisch, absoluter Preis-Leistungs-Killer mit der JASO MA-2 Freigabe und es ist rot. Ihr könnt euch die Specs ja gerne selbst ansehen, aber das Öl, was ich quasi überall reinkippe, das ist meine persönliche Wahl. Was du nimmst, musst du am Ende selbst wissen. Das ist jetzt dir überlassen, aber du hast nach diesem Video sämtliches Grundwissen, so nenne ich es jetzt mal, um selbst eine kluge Entscheidung in der Zukunft treffen zu können. Ich hoffe, dass dir das eine Hilfe war. Eure Meinungen, Fragen und Anregungen in die Kommentare. Daumen dalassen. Viel Arbeit das Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mein Special für euch. Wir sehen uns bei 10.000. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.